Die schwangere Beth reist gemeinsam mit ihrem Verlobten Cameron durch das Land. Willkommen im Overlande. Sie sind auf der Durchreise, oder? Ist das Ihre Verlobte da draußen? Das ist sie. Hast du aber Glück gehabt, oder? Doch eines Nachts wird das junge Paar von Unbekannten angegriffen. Beth verschwindet und wird gemeinsam mit anderen Müttern in einer Klinik gefangen gehalten. Haben Sie sich kürzlich mit Ihrer Verlobten gestritten, oder sowas? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben eine großartige Beziehung. Haben Sie irgendwelche psychischen Erkrankungen? Amnesie? Nehmen Sie zurzeit irgendwelche Medikamente? Dort wollen seltsame Ärzte ihr ungeborenes Kind stehlen. Hallo, hört mich jemand? Kann Cameron Beth und den Nachwuchs retten? Ein französisches Body-Horror-Debüt von James Rabbits im Cronenberg-Style mit Legend of the Seeker-Star Tadrid Bethel und Andy Whitfield, der Hauptrolle aus der Spannungs-Serie. Nein! Nein! Die Klinik Untertitelung des ZDF, 2020